Okay, weiter geht's. Der Rater ist vorne. Wir können direkt loslegen gegen Adrian zu kämpfen. Der labbert den gleichen Shit wie eben gerade. Mal gucken, vielleicht können wir es diesmal richtig machen. Ah, Aquaboss war silly. Geil. Habe ich gar nicht geblickt. Und er fängt schon mit Angeberei an. Super. Und wir verletzen uns erstmal fett selbst. Wir sind aber nicht mehr verwirrt, haben jedoch den Angriffsboost noch. Ich habe euch nicht spezielle Verteidigung da gemacht. Ich wollte das machen, so. Super Brille gemacht. Hey, der... Penner! Er macht nur das gleiche. Ja, toll. Was ist los mit dir, Mann? Ja, lieber soll der jetzt eine Supertränke aufbrauchen. Komm schon. Alter. Du bist doch dumm. Du bist doch so bescheuert. Pam, geht doch. Okay, jetzt kommt Aquobias rein. Komm schon, Aquobias. Ich weiß, du schaust das. Geht doch. Ja, jetzt hängen wir schneller. Das ist gut so. Aber leider auch tot. Das ist nicht so gut. Macht aber nichts. Jetzt kriegen wir erstmal Modem 7.0 rein. und hauen ein bisschen mit Hippazahn drauf, was mich trifft, aber jetzt schon. Kracke. 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 Komm schon, gut. Komm schon, gut. Golbert ist jetzt auch besiegt. Jetzt kommt nur noch Tohaido. Ja, nicht sehr effektiv. Ja, okay. Lass mal Seife rein. Jeder KP ist es. Jeder KP ist es wert. Fuck. Ah, kacke, man. Hm, okay. Einfach nochmal. Einfach nochmal. Komm schon, tu es. Komm schon, greif an, der Rater. Boah, Gott. Oh, Mann. Ey, der ist doch bescheuert, Mann. Macht die ganze Zeit Angeberei. Schnöffler. Und Brüller. Guck dir das nochmal an. Ey, der ist doch behindert. Geht doch, ey. Dieses scheiß Urknall am Anfang tickt so auf. Jetzt kommt die Akkobiatsch. Oh, ne. Komm schon. Dankeschön. Geht doch. Boah, geil. Hab ich jetzt gebraucht. Das hab ich gebraucht. Können wir da aufladen ein bisschen hier. Aber der A ist jetzt auch super krank ein, von daher ist kein Problem. Geil. Geil. Cool. Abprobierst du, dass du es überlebt. Erstmal Steepaerie rein. Okay. Okay. Okay, es kommt Seife. Du überlebst nicht. Speichern. Jetzt kommt nur der Rater rein. Du überlebst. Geil. Okay. Gucken, was jetzt kommt. Der macht nur knirscher, der Arsch. Der hat nur Schiss. Jawohl. Danke schön, lieber Gott. Danke. Geil. Jetzt kick ich den richtig weg. Okay. Danke schön. Geht doch, ey. Und Modermarecht Level 7, äh, 29. Geil. Und da kommt er, der Marc. Ja, mit deiner Hilfe konnten wir es schaffen. Okay. Du hast recht. Beuriegel. Komm schon, hau ab. Und da kommt er, der Kampf war der Hammer. Okay, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, hier den Trainer auszuweichen. Und wir kommen in Bad Lava-Stadt. Haha, endlich. Okay, der Kampf kann lustig werden. Weil ich halt keinen Plan hab. Hey, cool. Ich hab grad was gesehen, was mir gefällt. Und zwar, ähm, müssen wir mal gucken. Wie wir es schaffen, zur Arenaleiterin zu kommen, ohne dass unsere Viecher Level 30 überschreiten. Dazu stecke ich Seife nach vorne. Junge. Junge. So, wir haben es geschafft. Hahaha, geil. Ich schlabber sie mal an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie heißt sie? Geiler Typ. Die sieht aber echt aus, ein bisschen wie Shakira. Okay, eine Herausforderung von Leiter Shakira. Blutexo. Shilok. Mewtwo Detoxa, Aerodactyl, Ammonitas, Blackmon. Pau-Boss, Aerodactyl, Ammonitas, Blackmon. Aber, Leute, das war's. Kommt immer ein Schnapp-Sieg. Kommt schon, Tiki. Oh, wir haben wir mal. Hitzekolle. Oh mein Gott. Aber es macht nix. Kein Problem. Killness. Killness. Glacii und Takoro-Rechlobe 32. Das ist, glaub ich, das Kuttel, was du abpackt. Oh, komm da mit Eisen, das wäre. Und Schutzschild in so'n Scheiß-Dreck. Komm schon. Okay. Du schaffst es, Takoro. Intensität 6. Intensität 6. Der wollte grad Schutzschild machen, der Penner. Intensität 7. Komm, jetzt hau rein mit so'ne Intensität 10. Oh, 4 tut's auch. Oh, klasse. Egal. Wir machen einfach den hier. Machen so einen auf Beleber. Weißt du, was ich mein? Geil. Okay. Solange der nicht paralysieren kann. Okay, scheiß wert. Pulver. Okay, das war ein kritikaler Hit. Modem 7.0 und ist gekillt. Jetzt kommt Seife rein. Und mit Seife macht er den Nebenschuss. Was nicht viel bewirkt. Was ziemlich scheiße ist. Komm schon. Mann. Der hat jetzt seine Verteidigung so hart kaum gewusstet. Das ist asozial. Oh, der hat noch einen Übertrank, die Shakira. Alter. Komm schon. Geht doch so'n Volltreffer. So muss sein. Okay. Ey. Ich bring dich an, Takoro. Alter, das war ein Volltreffer. Aber Kurtl ist letzten Endes besiegt. Endlich. Denn man kann's jetzt gar nicht werden. Weck mich auch am Arsch. Nein. 38. Heilige Scheiße. Einfach so. Der ist vergiftet. Der Arsch. Jawohl. Geil. Kanios. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Der Arsch hat trotzdem Überreste. Baah. Den Arsch hätte er nicht machen wollen. Boah. Geil! Ja, okay. Ist mir egal. Ha! Gewonnen! Geil! Ich glaube, du wurde besiegt. Und für den Ende des Parts haben wir noch die Überraschung hier. Hiermit beende ich diesen Part. Ich bin believe ich diesen Part. Ich bin für die Überraschung. Ich bin für die Überraschung. Ich bin für die Zuverschung. Wie geht es? Das ist der Moment. Ich bin für die Hunde die Hunde. Das war's.